Tach! Ich kann doch nicht das Stadion Oberwehr. Wem sind denn das hier? Na ja, ich kann ruhig bis in Karlsruhe kommen. Naja, das Tor wird noch nicht die Fall sein, so wie die Stadion jetzt sagen. Jedenfalls sind wir jetzt da. Ich muss mir definitiv mal eine Karte holen. Ja, ich muss mir auch eine Karte holen, weil ich schon mal eine Dauerkarte habe. Obwohl ich mir die lauter holen will, ich weiß, wo die Zeit drin rennt. Ja, ich weiß, keine Ahnung. Die Wochen vergehen, die Tage vergehen und immer noch keine Dauerkarte. Die Karte wird auf jeden Fall noch bestellt. Ja! 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 2 zu 0 So, wir gehen mal zum dritten Mann an unserer Stelle. Da waren wir jetzt schon zweimal erfolgreich. Die andere Fans sagen, wir sollen da hingehen. Geht er jetzt hin, dann machen wir noch ein Tor. Guck, da! Da steht gleich schon 3. Hoffe nicht. Hier ist die Stelle, wo wir hingehen. Da waren wir jetzt zweimal an zwei Tore geschossen. Dann holen wir jetzt nochmal hin. Nein, nein, dann holen wir das dritte Tor! Jaaaa! Jaaaa! Das gibt es nicht, das gibt es doch nicht! Komm, komm, komm! Wie gesagt, 3-0, 3-0! Genau, nein, 9. Das ist fast das, das ist das! Jaaaa! Das ist fast das, das ist das! Jaaaa! 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 Ahhhhh! Drei, Drei Tore! Wow, ey! Ich glaub, wir gehen mal öfter zum Glock 2. Wir müssen jetzt noch die Werbeband abbauen, ey. Da heißt es, wir gehen ins Stadion rein. Nach dem Heimsieg ist ja immer ne Ehre, ey. Wow! Hammer, ey! Bestes Reich! Wir sehen uns, Brüder. Ab durch den Tunnel und dann in den Stadion. Dann lauf mal mit euch mal ins Stadion ein, am Heimsieg. Das find ich auch immer geil. Ich hab mal grad meinen Kampf. Eieieieiei! Ich gereck mal nach vorne hin. Krass, ey! Herzlichen Glückwunsch! Gute Leistung, richtig gute Leistung! Herzlichen Glückwunsch! Klasse! Alles gut gespielt! Herzlichen Glückwunsch! Gute Spiel da! Klasse! Das war geil das Spiel. Das war geil das Spiel. Das war geil das Spiel! Das war geil das Spiel! Das war geil das Spiel! Feiert die Fans, sie hat gute Leistungen gemacht, also alle. Super! Ich würde schnell die Werbeband hier abbauen, weil keine Zeit hinten vorne ist. Ein paar Bilder macht euch aber noch hier. Sehr gut! Stopp! Ja, Leute. Fetts, durch Skoblenz. Dat war doch ein Spiel ey. So was wünschen wir öfters. Das hört scheiße an. So, wir haben jetzt hier abgebaut am Stadion Oberwert, die letzten Werbebande haben wir verpackt sozusagen, die haben wir alle verstaut und weggetan. Hier gehen jetzt die Lichter aus, aber im positiven Sinne, weil wir an drei Punkte hier beim Heimspiel gegen das Salmrohr. Und ich bin auch immer begeistert davon, das ist absoluter Hammer, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich flog hier jetzt einfach so rum. Keine Ahnung, ich gehe gleich feiern oder was, ich weiß nicht, die Fans, super Leistung, die Mannschaft, super Leistung, die es heißt, mir hat das hier richtig gut gefallen. Bitte mehr von den Spielen, mit mal noch drei Punkte hole ich immer, ja, daheim. Ich weiß gar nicht, was ich hier rede, ich fällt mir das gar nicht, was ich sage, aber ich sage das jetzt einfach so. Ich habe jetzt schon dreimal versucht, neu zu filmen, aber scheiß drauf, drei Punkte sind da. Wir fahren jetzt heim, wir haben jetzt abgebaut, wir sollen noch in Tusthof reingehen, da gucken wir mal, was uns da noch erwartet. Ich muss jetzt hier nur durch den Spielertunnel gehen, da haben wir noch die Ehre für. Und sonst bedanke ich mich für zugucken. In nächster Zeit werden öfter so Videos kommen, wo ich ein bisschen mal vor der Kamera stehe. Liegt mir zwar noch nett, ich muss mich erst mal da dran gewöhnen, alles, aber ich hoffe, die fällt euch. Das bist du zu erleben, was ein Fan, der Tust Koblenz in der Oberliga jetzt so, alles erlebt. Alles was drumherum da passiert so, dass ich euch das ein bisschen zeige. Wir gehen jetzt noch ein bisschen hin und feiern, hier hört sich gute Musik an, das ist der Spielertunnel. Ich bedanke mich für's Zuschauen, Abo könnt ihr da lassen, würde ich mega krass freuen drüber. Und wir sehen uns im nächsten Video, wo auch immer, auf meinem Hauptkanal oder bei einem anderen Kanal, der verlinke ich unten. Ich bin jetzt hier kurz vor dem Spielertunnel, ich sage nochmal danke für's Gucken. Macht's gut Leute, ciao. Ciao.